Nächste Programmvorschau. Ich denke, da ist jetzt wahrscheinlich heute auch schon genug im Netz darüber erschienen. Ich möchte mich weder für den Oliver Janni stark machen, noch für ihn schwach machen. Ich möchte eigentlich diesbezüglich einfach nur sagen, deswegen hier der Titel. Es gibt, egal wo ihr seid, kein Verstecken und so weiter. Weder auf dem Land, weder auf dem Mond, weder auf dem Wasser. Oder einfach nochmal das rausgeschickt an alle Menschen, die da vielleicht einem Irrtum aufgesessen sind. Keine Ahnung, die denken, ja wenn ich dann dort bin, ist alles okay. Wenn ich dorthin geflohen bin, ist alles okay. Wenn ich das gemacht habe, ist alles okay. Aber nicht nur darum geht es. Es geht natürlich, wie ihr mich kennt, noch um weitere Themen, um weitere Sachverhalte. Könnt ihr dann wieder schauen bei VK, Bitchute, Odyssee und Rumble, die sich den Trailer, ach Quatsch, da hätte ich jetzt wieder gesagt, bei Venus Radio TV aufrufen. Tja, manchmal ist es halt immer noch so ein bisschen genetisch verwurzelt. Also nein, man kann sich keinen Trailer mehr anrufen, aufrufen bei mir, die sich den Trailer bei Venus TV aufrufen. Nein, da bin ich gecancelt worden. Aber es ist ja dann auch vielleicht okay oder sollte dann auch so sein, ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, es ist jetzt hier kein Schauspiel. Mir kommt es dann immer mal wieder worttechnisch genetisch verwurzelt in den Kopf. Ja, und das ist ja auch nicht weiter dramatisch, sondern ihr könnt euch ja dann an mich wenden unter keke-mail-at-gmx.de Und dann kommt es ja dann auch wieder an. Ja, und vielleicht sehen wir uns doch dann gleich wieder. Tschüss!